So, rin hier, Jungs. Jetzt haut sie um. Oh, das ist ja ein Gegner. Das war ja ein Gegner. Das war ja ein Gegner. Könnte ganz interessant werden. Und die Frage ist halt vor allem auch, wie ich mich hier anstelle. Den hier kriege ich schon mal nicht mehr gerätzt. Das ist schon mal schade. Wie ist ein Toter? Und ich weiß nicht, ob das jetzt an mir lag oder ob ich da geleckt habe. Oder ob da jemand anderes geleckt hat. Oder ob der Server vielleicht laggt. Ich weiß es nicht. Da müssen wir uns jetzt direkt mal das Ganze noch mal ein bisschen genauer anschauen. Dort ist ein Gegner über die Straße gelaufen. Da verschwindet er hinter der Ecke. Die sind recht scheu heute. Möchte ich meinen. Der ist auch noch direkt hier um die Ecke. Jetzt sieht man ihn dummerweise nicht mehr, weil er hat sich da hingelegt. Das machen die Leute ganz gern. Diese Spezies, die legt sich ganz gern da in diese Ecke. Da liegen sie immer wieder. Hat das Ding umgerannt? Wusste ich gar nicht, dass das geht. Ach, guck mal da. Zack, Granat hinterher und schon hat er mich erschossen. Das ist doch mal schön. Es läuft. Es läuft. 1A. Muss man einfach mal so sagen. Kann ich dich denn eventuell retten? Oben hängen sie wieder in den Häusern. Ist ja klar. Hopp. Hopp. So. Du bist tot, mein Freund. Tja, Jungs. Nicht immer retten, obwohl da noch jemand ist. Aber gut. Ich fand's gut. Was ihr jetzt gerade gemacht habt. Ah, nicht von hinten. Ah, da war doch gerade auch... Ah, da waren doch gerade noch Leute von mir. Wo waren die denn plötzlich jetzt? Das finde ich ja immer doof. Hopp. Mal gucken, vielleicht gibt's direkt... Rache. 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 Das ist übrigens schön, dass in Battlefield 4 wird... Das ist jetzt gerade so. Ich hab jetzt... Wieso hab ich jetzt gerade angefangen nachzuladen, dann habe ich... Dann habe ich ein Medikit geworfen und danach ging dann der Nachladeprozess von vorne los. Das wird im Battlefield nicht mehr so sein. Sprich, wenn man das Magazin entnommen hat, dann irgendwie ein Medikit stellt oder sowas und dann wieder die Waffe in die Hand nimmt, dann geht es weiter bei... Uah, nicht noch einer. Dann geht es weiter bei dem Einsetzen des Magazins. Sprich, man wird nicht mehr die ganze Animation durchlaufen, sondern immer nur das, was ihm noch nicht getan wurde. Uah, da war ja jemand. Tja, man sollte vielleicht nicht so nach unten, äh, nach oben gucken, sondern eher nach unten. Aber wie man's macht, macht man's halt auch falsch, ne? Wo bin ich denn hier? Ach, hier bin ich. So. Zack. Ah, da ist auch jemand. Das ist mal gut. Er macht das gleiche. Oh. Fuck. Dass die so schön durch die Tür schießen können, ist auch toll. Mist. Gut, dann machen wir das jetzt anders. Hüpp. F. Scheiße, ich hab gedacht, der hätte schon 50%. Aber es waren noch 52%, die er noch hatte. Dadurch ist er am Leben geblieben, obwohl ich ihn, äh, mit dem Messer getroffen hab. Oh, leck mich, ey. Das ist doch wohl jetzt nicht wahr. Wie kann das denn bitte sein, dass ich zwei Meter neben dem spawne, Alter? Ip. Alter. Ich hab' ich schon gedacht, ich wär in ihm wieder gespawnt. So, rin hier. Jungs. Jetzt haut sie um. Boah, das ist ja ein Gegner. Das war ja ein Gegner. Wie lustig war das denn? Ich war echt der festen Überzeugung, dass das ein Mitspieler war von mir. Wupp. Wo ist er? Ich seh'n nicht. Hä? Irgendwie ruckelt hier das Ganze so. Das ist total lustig, gerade irgendwie. Oh. Ich hab' keine Moon mehr, wa? Doch. Ich bin einfach, hab' einfach komplett nachgeladen. Oh. Fuck. Die ist aber auch recht schnell explodiert, möchte ich meinen. Hör. Lups. Lups. So, jetzt kommt hier jemand. Ist der nach oben gelaufen? Der ist nach oben gelaufen. Wupp. Wupp. Fuck, der ist noch eine Etage höher. Nee, kann er nicht sein. Weil, hier liegen Clay Maus. Alles klar. Dann ist er sonst wohin gelaufen. Man weiß es nicht. Oh, Mann ey. Irgendwas leckt hier. Das ist ein bisschen ärgerlich. Weil, eigentlich läuft's ja ganz gut. Aber mit den Legs ist es irgendwie ein bisschen... Blöd. Bist du tot? Nein. Du lebst noch. Fly my fire. Wieso wackelt das Bild so komisch, ey? Irgendwas ist hier nicht richtig. Möchte ich meinen. Sag mal. Bin ich jetzt blöd? Da ist doch gerade jemand in den Gang reingelaufen. Auf der Minimap. Oh. Oh. So, nochmal das Ganze. Diesmal hoffentlich besser. So zum Beispiel. Zack. Ah, fuah. Kack, 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 kackt. Okay, die Jungs sind da hinten. Dann machen wir mal hier einen kleinen Umweg durch die Hintergänge. Und zwar einmal hier hinten durch. Da sehen wir schon alle auf der Minimap. Wie sie da zu dritt rumhängen. Uh, ein Stückchen laufen. Nachladen. Umdrehen. Einer ist tot. Noch einer ist tot. Fuck, da war jemand hinter mir. Kam der denn plötzlich hier, ey? Aber es läuft ganz gut, muss ich sagen. Also es ist, ich bin gerade recht überrascht. Nein, da ist noch jemand. Da ist noch jemand. Das gibt's doch nicht. Nein. Bestimmt hat man ihn sogar auf der Minimap gesehen. Fuck, ey. Moment. Andersrum. So. 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 Wo bist du denn? Das haben wir. Gut, gut, gut. Das läuft ja einigermaßen. Ich rede gerade nicht so viel, weil es einigermaßen läuft. Oh. So, ähm, da sind die. Okay, dann laufen wir mal hier lang, weil die gucken ja alle in die andere Richtung. Oh nee, ey, da war noch jemand rechts. Aber deswegen ist es auch tot. Schade, dass da jetzt niemand den, äh, derjenige, der ihn getötet hat, nicht ein bisschen früher getötet hat. Das wäre schon recht schön gewesen. Oh, das war keine so gute Granate. C4, Alter, ist das dein Ernst? Auf so einer kleinen Map? Ich meine, sonst mag ich ja auch C4, aber auf so einer Team-Deathmatch-Map ist das schon ganz schön pissig. Aber gut. Jedem das Seine, wa? Was, 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 was? Fuck it, ey. Der Typ sich wieder umgedreht, den ich gerade gespottet hatte. Wieso steige ich jedes Mal hier an dieser bekloppten Stelle ein? Ich mag die Stelle nicht. Ich mag sie nicht. Hat hier eine Ecke? Geh kaputt, du Scheißdinger. Ach, leck mich. Oh, fuck, ey. Mit was hat er mich bitte getötet, ey? Oh, oh, oh. Steigt mal einfach irgendwo ein und kriegt sofort aufs Maul, ey. Ey, wieso stirbt denn der Mann nicht? Oh, Mann. Und wieder dieser Best-JG, Alter. Ich krieg die Krise, ey. Das ist ja immer der gleiche Typ, Mann. Und wieder steig an diesem... Kack! Boah. Was ist denn nur jetzt hier los, ey? Wer schießt denn hier? Mann. Boah, hinter mir war doch gerade noch jemand. Okay, der ist da oben. Der Arsch. Und wieder steige ich hier ein. Ist das boring, ey? Immer an der gleichen Stelle. Dann machen wir das jetzt mal anders. Mal gucken, ob das wird. Bei die Latschen da schon hoch, meine Homies. Wer hat hier wen gemessert? Okay. Macht mal. Ich bin mal weg. Wie geht's denn aus eigentlich? Wir verliehen ja richtig krass. Da bin ich mal gut, ey. Und wir verlieren. Unfassbar. Spielt doch sonst alle immer überall Team Deathmatch. Wieso spielt er denn jetzt nicht vernünftig? Gibt's ja wohl nicht. Ähm. Ist er tot? Kannst du aus. Ja, aber nicht. Oh, jetzt. Eieieiei. Jut, hier ist rechts um die Ecke einer. Der sieht mich nicht. Hoffentlich. Da oben. Fuck it. Fuck it. Nein, 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 nein Was? Was hat mich denn jetzt getroffen, ey? So, Jungs. The fuck? Was war denn das jetzt gerade? Was ist denn hier... Wer hat denn jetzt die Vieh hochgejagt? Zufassend, ey. Oh, das war ja mal schön mitten zwischendurch. Was? Seid ihr jetzt alle tot, oder was? Tolle Wurst, ey. Jetzt gehe ich den ganzen weiten Weg. So. Freundchens. Jetzt seid ihr auch mal tot, wa? So ist das Leben, würde ich sagen. Sterben gehört einfach mit dazu. So, mal wieder runter hier. Weil ich mag es nicht, da oben rumzuhängen. Oh, 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 oh. Lebe. Wupp. Das ist ja mein Freund. Das geht nie ab, Alter. Alter. Aber wieso wackelt das Bild so? Das nervt mich gerade tierisch, ey. Fuck. Naja, was soll's. Immerhin schon mal Platz 3. Läuft hier ganz gut, obwohl ich mittendrin erst eingestiegen bin, ey. Fuck. Das ist shit. Dreck. Hätte ich mir auch denken können, dass da jemand kommt. Beziehungsweise habe ich mir sogar gedacht, aber... Achso, wir gewinnen ja. Ich habe gedacht, hä? Wupp. Haben wir doch gewonnen. Ist ja unfassbar. Mensch. Zu mir leid, dass ich nicht so viel geredet habe, aber das ist irgendwie immer so, wenn ich Team Deathmatch spiele, dann kann ich nicht ganz so viel reden. Aber ich würde sagen, es war halt dafür recht erfolgreich. Oder nicht? Also, ich fand das ganz gut. Eigentlich so im großen Ganzen. Ey, Squad. TdM Winner Ribbon. Ist doch alles schön. Mensch. Haben wir ein bisschen was abgeräumt. Ich wünsche euch was. Vielleicht gibt es jetzt bis zum Battlefield 4 Release. Jeden Tag Battlefield. Mal gucken. Weiß ich noch nicht so richtig. Ist aber sehr gut möglich. Bis dann und Tschüss. Tschüss. What the f***?